Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyderner-Fans zu einem neuen Wunschkampf mit mir, dem unschlagbare Marcel und der Sarah. So, und der Kevin Spinne wünsche ich heute Boomer vs. EO-Abdor. Und ich würde einfach mal ganz gediegen sagen, was hältst du davon, wenn wir mal auf Zykloplatz heute mal wieder spielen? Ja, können wir mal wieder tun. Ja, also ich nehme wie immer, ganz klar, brauche ich euch ja nicht mehr sagen, ne, Boomer, ganz normal. Habe ich ja auch gegen Funback gewonnen, muss ich sagen. Und dann nimmt die Sarah heute Lightcore. Eruptor. Genau. Auch Level 15, brauchen wir auch nicht mehr sagen, unsere Figuren sind alle hochgeskillt, bis zum Maximum. Und ja, ich habe ein bisschen Angst vor deiner riesen Lava-Pütze, wo immer die kleinen Vulkaner rauskommen. Okay, Mitte ist gleich ein Fumble direkt und ja, ich wünsche dir viel Glück. Ja, ich auch danke. So, was hältst du davon, wenn er einmal mal ganz gediegen in die... In die was? Ne, schon gut. Boah, die Magma-Pütze. Aber du bist direkt in meine Bombe. Ne, 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 ne. Hau nicht ab, hau nicht ab. Boah, was da ist nämlich die Lava-Pütze, vor der ich so viel Angst habe. Oh Gott, da ist ein Bonbon. Boah, die Lava-Pütze, die ist so stark, ne, das ist unglaublich. Komm, jetzt geh doch mal in meine Bomben da, die treffen dich nicht mehr rum. Also wo sie von hinten werfen. So, genau so. Ah, das ist so schön hoch. Scheiße. Du, 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 du. Doch, 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 doch. Ja, 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 ja. Nein. Komm in die Bombe, komm in die Bombe, komm in die Bombe. Nein, die kriegt das Schild. Och Mann. Aber egal, dafür wollte ich das hier. So. Und weiter geht's mit dem Bomben. Ja, 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 den Vollrein, Vollrein, der Öffentlichkeit, warum, warum explodieren die bei dir denn nicht? Mann, das ist doch mal. Wieder den Lava-Antritt. Der holte sich auch noch den, der holte sich nicht, ich krieg den Raketen, sehr schön. Zack, doch, und jetzt geht's, ganz klar. Drück, 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 jetzt ist der Vollrein eine Bombenhage. Das ist ein Fumble. Ja, den hole ich mehr. Aber er ist ein Essen, zack. Und jetzt hole ich den Fumble. Zack. Oh, worum ist der Fumble schon weg? Egal, ich führe. Weiter geht's. Das ist ein sehr, sehr knapper Kampf, muss ich sagen. Der geht schon. Ja, der war gut. In der Luft habe ich dich da unten runtergeschlagen. Das war richtig gut. Ja, meine Bomben. Ja, also ich muss sagen. Jetzt haut nicht ab. Ja. Du warst so lange am Fühlen mit den EP-Punkten. Aber dann habe ich irgendwie den Dreh rausgegab, dass ich nicht mehr in deine Lavafütze reingehe. Dann habe ich dich immer von außen, nämlich attackiert. Alles klar, ich habe wieder mit Boomer gewonnen. Vielen Dank fürs Einschalten. Du bist zum nächsten Mal.